Ich habe jetzt acht Jahre das Präsidium gemacht, vorher schon acht Jahre Vizepräsident. Das ist zeitlich sehr anspruchsvoll. Jetzt ist es um die Frage gegangen, mache ich noch einmal eine Legislatur, ja oder nein? Und ich habe mich entschieden, dass ich das Amt möchte zur Verfügung stellen. Das Präsidium fordert einen vor allem zeitlich rund um die Uhr. Und man muss immer auf alles gefasst sein und auch immer zur Verfügung stehen. Zeitlich extrem anspruchsvoll. Und ich bin schon einer, der auch zum Beispiel mehr Freude hat, mehr Zeit auf dem eigenen Bauernhof zu verbringen. Das ist ein Prozess, der schon weit, weit im letzten Jahr, noch weit vor den Wahlen, ist das klar gewesen. Hanke rum, an ich habe gerne nicht wollen, dass das ein Thema ist, weil ich habe vor allem jetzt auch wollen in aller Ruhe die Bundesratswahlen vorbereiten und das noch durchziehen und das alles ein bisschen fernhalten. Weil das sind ja eigentlich Nebensächlichkeiten, also Personalien. Aber für die Partei ist er zweites Regierungsmitglied, keine Nebensächlichkeit. Und wichtig ist mir schon auch Kontinuität. Also der Albert Röst ist jetzt nicht heute Morgen überrascht worden.